So, das war es auch schon. Das Event ist jetzt vorbei und ja, es war wirklich ganz, ganz toll. Das Essensteam war auch super, super nett. Also nochmal auf jeden Fall vielen Dank für dieses tolle Event, für mein allererstes Event. Hallo, ich war eingeladen auf dem Essence Blogger Event und zwar zum extra Spezialthema Jail Nails at Home und ich wollte eigentlich ein Follow Me Around drehen, aber es ist mir nicht wirklich gut gelungen. Also ich habe zwar einiges gefilmt, aber ich vollhorst, habe völlig verpeilt. Ich habe gar nicht gesprochen währenddessen. Deshalb ist es Videomaterial, was eigentlich ziemlich unspektakulär ist. Deshalb wollte ich das jetzt einfach nachholen. Ich erzähle jetzt was dazu. Also erstmal muss ich sagen, ich war total überrascht, dass ich eingeladen wurde. Ja, ich hatte niemals damit gerechnet, dass ich überhaupt mal zu so einem Event eingeladen werde. Also ich habe mich wirklich riesig darüber gefreut und dann war ich natürlich auch extrem aufgeregt. Also ich wusste nicht, wie viele Mädels da sein werden, wer alles da sein wird und ob das nette Mädels sein werden, ob die Mädels ja mit mir sprechen wollen. Und auf jeden Fall fand alles statt im Kochkontor. Das ist in Hamburg. Und das ist so ein Laden, so ein Gemisch aus Restaurant, aber auch Verkauf von Rezeptbüchern. Also sehr interessant. So etwas habe ich vorher noch nie gesehen. Es war wirklich ein kleiner Laden und vollgepackt mit Rezeptbüchern und wirklich liebevoll eingerichtet. Und dann war dieser große Raum, in dem wir unsere Tische stehen hatten mit den Nagelsachen. Und gleich nebenan war da die offene Küche. Also es wurde für uns gekocht, während wir uns die Nägel gemacht haben. Und es roch schon die ganze Zeit so lecker nach Essen. Also es war wirklich eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Es war wirklich genial. Auf jeden Fall waren wir letztendlich eigentlich nur fünf Bloggerinnen mit mir insgesamt. Und ja, völlig unberechtigt meine Befürchtung. Es waren wirklich alles unglaublich liebe, nette Mädels. Wir haben uns ganz, ganz toll unterhalten über alles Mögliche. Es war auch mal schön, sich mit jemandem auszutauschen über YouTube oder über das Blogger sein. So habe ich mich ja eigentlich noch nie mit jemandem darüber unterhalten können. Oder ich kenne niemanden, mit dem ich mich über sowas unterhalten kann. Und es war einfach sehr interessant. Also zum Beispiel, wie viele Abonnenten der andere hat oder wie viele Hater der andere hat. Ja, das war super interessant und sehr, sehr lustig. Die Runde war wirklich sehr harmonisch. Also wir haben uns wirklich alle super verstanden. Und wir haben uns erstmal einen Vortrag angehört über, ja, dieses J-Nails at Home. Wie das also funktionieren soll, wie man das machen soll. Und dann durften wir eigentlich auch schon ran. Also wir durften dann, wir hatten alles da bereitstehen und konnten dann direkt anfangen. Und zwar erstmal durften wir uns aussuchen, ob wir French Nails machen möchten oder, ja, Color Nails. Also mit den Essence-Nagellacken ist das kompatibel mit allen Lacken. Und ich glaube, alle Mädels haben eigentlich, ja, Color Nails genommen. Außer ich. Ich habe French Nails genommen, weil ich das ja, ja, ich mag das halt natürlich. Und ich habe mich auch sehr gefreut, das Essence-Team kennenzulernen. Also die beiden Mädels, vor allen Dingen Christine, die ich jetzt endlich mal live kennenlernen konnte. Vorher habe ich ja nur ihre E-Mails gelesen. Aber, ja, sie ist auch total nett und eigentlich auch nur ein Mensch, wie jeder andere auch. Ja, das war sehr schön. Und auch ein bisschen, ja, so Background zu erfahren über Essence und, ja, die Firma und die, ja, diese ganze Struktur. Das war sehr, sehr interessant. Also es war für mich wirklich ein sehr, sehr schöner, aufschlussreicher Tag. Und, ja, es war wirklich, wirklich toll. Also mein erstes Event und es war echt schön, die Mädels da kennenzulernen. Die verlinke ich übrigens alle unten nochmal in der Infobox. Vielleicht berichten die auch nochmal über das Event. Aber ich denke, bei denen kommt auf jeden Fall auch nochmal eine Review zu den G-Nails at Home. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal eine ganz ausführliche Review zu den Nagelsachen machen. Ja, da möchte ich mir aber noch ein bisschen Zeit lassen. Also ich will das nochmal selbst ganz genau ausprobieren. Also ich habe jetzt die Nägel drauf seit zwei Tagen und bei mir halten sie noch. Ja, also was mich schon recht wundert, weil ich da mit ziemlich verdorbenen Nägeln hingegangen bin. Ich habe nämlich am Vorabend noch meine richtigen Gel-Nägel abmachen lassen von der Nageldesignerin. Und, ja, meine Naturnägel haben da doch gelitten darunter. Sie waren, ja, dünner und auch brüchig. Also die Finger waren, die Nägel waren vorne auch, ja, so, haben so gesplittert schon. Und ich dachte, naja, ob da überhaupt was drauf halten kann. Aber, also im Moment halten sie noch alle und es sieht echt noch aus wie am ersten Tag. Also ich bin jetzt schon überrascht. Aber ich werde noch sehen, wie lange sie noch halten, weil eigentlich ist versprochen, dass sie bis zu zehn Tage halten. Also ich werde sehen. Auf jeden Fall, ja, wollte ich jetzt aber noch was zeigen. Und zwar, wie man das so von Essence kennt und von den Events von großen YouTubern, gab es eine Goodie-Bag von Essence. Und da möchte ich auf jeden Fall nochmal den Inhalt zeigen. Das hier ist die Goodie-Bag und die ist wirklich unglaublich schwer und bis oben hin vollgepackt mit ganz, ganz tollen Sachen. Und ich fange jetzt einfach mal erstmal an mit den Gel Nails at Home Produkten, die es übrigens ab August im Handel geben wird. Und zwar erstmal gab es hier so eine LED-Lampe. Also genauso wie man es von richtigen Gel-Nägeln im Nagelstuhl kennt, gibt es auch so eine Lampe. Das ist aber keine UV-Lampe, sondern eine LED-Lampe, unter der eben das Gel dann aushärtet. Und dann haben wir die beiden Starter-Sets mitbekommen. Also einmal für den French-Look und einmal für den Color-Look. Also, ja, kann man sich dann eben kaufen, je nachdem, was für Nägel man sich dann eben machen möchte. Dann gab es noch was ganz, ganz Lustiges. Und zwar in diesem kleinen Päckchen hier haben wir das alle aufgemacht und haben uns gewundert, was ist das? Also, ja, es sieht aus wie so ein Nagelfläschchen von Essence, aber es ist so aus Gummi komplett. Und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich das mal auf. Und, naja, siehe, da ist es ein USB-Stick. Also total süß gemacht, wirklich super, super niedlich. Ja, und dann gibt es noch zwei Plastiktüten, Plastiktaschen. Die zwei hier. Und zwar, ja, zeige ich erst mal diese hier. Die stand ja auch bei uns auf dem Tisch und die konnten wir auch gleich direkt, ja, benutzen quasi, die Sachen, die da drin sind. Und zwar gab es erst mal zwei Nagellackräder da drin, was ich sehr, sehr toll finde, weil ich sowieso mir Nagellackräder kaufen wollte. Und jetzt habe ich schon zwei direkt. Da habe ich schon mal ein paar Farben geswatcht, die es da gab und, ja, sie mit diesen Gel Nates at Home Produkten ausprobiert. Dann haben wir da, ja, Pfeilen drin gehabt. So eine Buffer-Pfeile ist das, glaube ich. Und eine normale Pfeile. Ah, brav. Ja, so eine Pfeile noch, ja, einmal zum Kürzen, einmal zum Modellieren. Haben wir auch benutzt, weil wir mussten ja die Nägel natürlich auch erst mal vorbereiten für das Gel, damit es da drauf hält. Dann, ja, Rosenholzstäbchen natürlich, um die Nagelhaut zurückzuschieben. Dann so ein, achso, so ein Nagellack-Korrigierstift, den ich ja jetzt nicht brauchte, aber die anderen Mädels vielleicht. Dann hier sowas, was ich mir eigentlich auch schon eh kaufen wollte. Finde ich sehr praktisch, dass ich das jetzt geschenkt bekommen habe. Und zwar so ein Nagelpflegeöl. Ja, wollte ich sowieso haben, weil die Nägel dann, oder die Nagelhaut hier dann doch ein bisschen leidet, wenn man sie eben, ja, feilt und zurückschiebt und was weiß ich noch groß da vergewaltigt. Und dann gab es hier das, das habe ich da auch direkt ausprobiert. Das ist sehr gut, dieses intensive Feuchtigkeit für Nägel und, Nagelhaut und Nägel. Ja, riecht auch unglaublich süß. Also ich mag ja süße Gerüche sehr, sehr gerne. Und das, ja, habe ich da auch schon ausprobiert. Dann nochmal so eine Handcreme. Und, ähm, was ist das? Ein 15 Sekunden Nagelhaut-Inferner. Ja, den gab es auch noch da drin, den habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Und dann, ähm, hatten wir ja da ganz viele Nagellacke stehen und, ähm, durften sie halt eben benutzen. Und zum Schluss durften wir sie auch unter uns, ähm, aufteilen. Und dann habe ich mir hier diese vier Farben mitgenommen. Also diese hier ist wirklich wunderschön. Das ist die Farbe 108 Ultimate Pink. Also die hatte meine Sitznachbarin, ähm, auf den Nägeln. Und das sah echt unglaublich hübsch aus. Also die Farbe ist der Hammer. Da war ich schon ein bisschen neidisch, dass ich diese tolle Farbe da drauf hatte. Dann habe ich noch so ein, ähm, die 145, ja, so ein, ähm, orange. Auch, ähm, ja, auf jeden Fall knallig. Dann habe ich mir noch mitgenommen so ein goldenen mit viel goldenem Glitzer. Und dann noch diesen gelben. Aber den habe ich nur mitgenommen, weil den sonst keiner haben wollte. Und dann habe ich mich erbarmt. Ja, habe ich den mitgenommen. Ja, das war's. Das war der Inhalt dieser ersten Tüte. Dann kommen wir zur zweiten Tasche. Da sind ganz viele Sachen für Nähart drin. Da habe ich schon, äh, ja, reingeluschert. Und zwar erst mal so zwei Duo-Stylist, äh, so, ja, so, so Stäbchen, die man eben zum, ähm, für Nähart benutzt. Einmal habe ich den hier in so einem Koralleton bekommen. Upsa. Und einmal in so einem Pink. Habe ich jetzt also zwei Stifte davon. Dann, ähm, das habe ich, äh, gesehen. Und, ähm, ja, sowas kenne ich noch gar nicht. Das finde ich sehr interessant. Also das ist, ähm, wenn man die Nägel lackiert, dann macht man den Finger hier so rein. Und wenn man dann eben lackiert, dann, ähm, kommt der Nagellack nicht auf die Fingerkuppe. Also, also das finde ich ganz, ganz toll, dass es was gibt. Das wusste ich gar nicht. Also von Essence gibt es das offensichtlich. Ähm, easy to polish heißt das. Ja. Also das werde ich auf jeden Fall benutzen. Das finde ich ganz toll. Dann gab es hier so ein, äh, Multi-Effekt-Brush. Ja, so ein Fächerpinsel. Äh, dann, ähm, ein Magnet-Pen. Ja, damit kenne ich mich gar nicht aus. Also, ich weiß gar nicht, was das ist. Dann auch noch mal hier so ein, äh, Magnet. Also, damit kann man wohl offensichtlich auch Näharten machen. Ich bin da jetzt gar nicht so bewandert mit. Äh, dann noch hier ganz viele Dekorationssachen. Also einmal hier, ähm, in, äh, Silberglitzer und einmal Goldglitzer. Ganz viel kann man da jetzt auch ausprobieren. Da werde ich mich auf jeden Fall ausprobieren. Ja, dann gab es hier noch ganz viele Nagellackssachen. Also erstmal nochmal sowas hier. Das ist ein Nagelflegestift. Also, das finde ich auch wieder toll. Also viele Sachen kann man immer gebrauchen. Dann gab es hier, ähm, ein Basecoat. Ja, ein Basecoat. Dann, ähm, natürlich könnte es anders sein, auch ein Topcoat. Ja, ähm, den gab es dann auch noch dazu. Dann hier für Cracking Nails, ähm, Topcoats. Einmal in so einem Koralleton und einmal in einem Schwarz. Sehr interessant. Dann, ähm, ja, sowas Holographisches hier. Ähm, so ein Special Effect Topper. Sehr interessant auch. In der Farbe 16, cool, Breeze. Dann haben wir hier noch, äh, ein, ähm, ja, ein Nagel-, ein Schutzlack mit, äh, stärkenden, äh, Nylonfasern. Ähm, sowas brauche ich auch immer. Also Schutzlacke sind auch immer ganz, ganz toll. Dann, ähm, achso, hier so ein Nail Art Magnetics. Also das hat wohl irgendwas mit diesen Magnetsachen zu tun. Ähm, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Also das macht mich jetzt total neugierig, was das mit dem Magnet, ähm, Nail Arts, äh, auf sich hat. Dann gab es hier ein, äh, Glittertopper in so einem, ähm, ja, lila Glitzer. Äh, äh, und, äh, eine Color Base in einem Pink. Äh, und, äh, nochmal so ein, äh, Special Effect Topper mit ganz viel Glitzer, Glitter drin, ähm, Silber, bunt. Ja, das war's. Also das waren jetzt alle Goodies. Ich finde wirklich viel, also, ich weiß nicht, vielleicht ist das alles, was Essence so an Nagelprodukten zu bieten hat. Davon gehe ich jetzt mal aus. Also wirklich extrem viele Produkte. Ich freue mich, äh, alles auszuprobieren, aber, äh, das erst mal hinten angestellt, weil ich erst mal DJ Nails at Home Produkte reviewen möchte. Ich weiß nicht, wann ich es schaffe, das, äh, hochzuladen. Ich möchte es noch vor, vor dem August schaffen, bevor die, äh, Produkte auf den Markt kommen. Ähm, ja. Ich werde mich da bemühen. Und, ähm, ich wollte nochmal sagen, das ist wirklich, war wirklich wunderschön, das Event. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich eingeladen wurde, dass ich das miterleben durfte. In meiner noch so recht jungen YouTube-Zeit. Und, ja, also vielen, vielen Dank an Essence, besonders an Christine, weil du mich ausgewählt hast. Und, ähm, ja, ich, ähm, würde noch gerne wissen von ihr. Also, es ist ja jetzt so ein leicht verkrüppeltes Follow-me-around geworden. Also würde es dich interessieren, falls ich mal wieder auf so ein Event eingeladen bin, ähm, dass ich ein richtiges Follow-me-around drehe, würde das, äh, ja, würde dich das interessieren. Schreib mir das. Ähm, ansonsten hoffe ich natürlich, dir hat jetzt das verkrüppelte Follow-me-around trotzdem gefallen. Und, ähm, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und, ähm, dann sehen wir uns im nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020